Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 2. Juni Auf das die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Römer 15, Vers 16 Der Apostel Paulus hat gewusst, was er wollte. Aus der Heidenwelt sollte eine Gemeinde entstehen, die sich selber dem großen Gott zum Opfer gibt. Und zwar zu einem gottwohlgefälligen Opfer, weil die Glieder dieser Gemeinde erneuert und geheiligt sind durch den Heiligen Geist. Das ist ja nun wohl ziemlich verschieden von dem, was man heute Christentum nennt. Geheiligt durch den Heiligen Geist, das klingt sogar in Christenohren heute fremd. Und das ist schlimm. Ein Mann sagte mir, ich bin auch ein Christ. Ich halte es mit Goethe. Nur wer steht, strebend sich bemüht. Nun, aus diesem Bemühen wird ja nicht viel, weil unser Wesen böse ist. Und außerdem hat es mit Christentum nichts zu tun. Und ernste Christen sagen, geheiligt sind wir durch das Blut Jesu Christi, durch das wir Vergebung der Sünden haben. Und das ist schön und wahr. Aber warum sagt die Bibel nun in unserem Textwort, geheiligt durch den Heiligen Geist? Warum? Ein Bild soll es deutlich machen. Stellen wir uns ein altes Haus vor, das in einem verwilderten Garten verfällt. Eines Tages kauft ein tüchtiger Mann dieses Haus. Er schreibt seinen Namen auf ein Schild an der Haustür. Nun gehört es ihm. Und wenn das Haus sich freuen könnte, wäre es nun froh, dass es wieder einen Herrn hat. Aber er würde zugleich denken. Hoffentlich räumt nun mein Herr allen Schutt aus und erneuert jeden Raum. Es ist schön, wenn wir glauben können, Jesus hat mich durch sein Blut für Gott erkauft. Aber das ist nicht genug. Nun will der Heilige Geist sein Erneuerungswerk beginnen. Da müssen alte Sünden hinaus und Gottes Licht will alle Räume erleuchten und alles neu machen. Herr, heilige unser Leben, dass auch wir ein Opfer werden, das dir wohlgefällt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich. Vielen Dank.